Moin Moin meine Freunde, wir haben diese Woche schon zweimal verkackt. Mal gucken, ob wir heute ein drittes Mal verkacken werden. Wenn ja, fände ich halt gar nicht, was so schlimm ist. Egal, die Woche ist für mich gelaufen. Hab ich schon drei Tokens verballert für nichts, also von daher egal. Heute haben wir Elias am Start. Wir gehen rein, viel Spaß. Moin Moin. Direkt rein. Mir auch egal, was die anderen gemacht haben. Ach, ist egal, ich hab hier Riesen drin. Ja, ist glaube ich vielleicht sogar besser. Ah, okay. Wir können von mir aus einmal switchen und dann Boogie spielen. So. Switches? Zack, ist perfekt. Ich würd sogar nochmal erst einzelne spielen. Der ist den linken und dann den rechten. Dafür sind die Bombe ja da. Ja, was anderes können die ja leider nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Komm, Bombe machen. Kommt ihr in die Rune. Die kommt immer, wenn man sie nicht braucht. Ah! Ah, kein Refill! Kein Refill! Geil! Das war heute ein kürzer Tag. Was ist, wenn ich jetzt die Hütte bekomme? Du kannst kein Zimmer setzen. Achso, ich kann gar nichts machen. Du musst ein Spiel neu starten. Dann kommst du wieder rein. Dann sind die Truppen vorne, aber der Refill ist weg. Ach, geil! Guck mal. Herzlich willkommen bei Clash Quest, Digga. Und das geilste ist, wann wird das gefixt? Nächste Woche. So, ohne Refill weiter rein. Sehr schön. So macht doch das Spiel Spaß. Dann ist das zumindest eine schnelle Runde heute. Ja, ist doch egal Stefan. Dann ist es zumindest schneller vorbei. Ist doch gut eigentlich. So, Bombe. Und Babys. Ui! Bombe. 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 Babys! Dann würde ich auf jeden Fall mindestens einmal switchen. Ja, aber so, dass wir zwei Babys sind. Oder erst die Archer spielen. Es geht ja kein Skelett runter. Dann kommen eh nochmal Babys nach. Da können wir mit einem Switch so machen, dass in jeder Lame was ist. Oh, sogar so gut, dass ein Switch nicht mehr ärgerlich ist. Oh, das hätten wir vielleicht mit einem Riesen machen sollen. Egal. Ah ne, ging gar nicht. Ah, das ist richtig gemacht. Ich würde den Riesen... Ja, erst den Archer, dann den Riesen, glaube ich. Ui! Ja, das ist der Ersatz für die Refills. Guck mal. Schon wieder Kai? Nice. Starten wir eben das Spiel nochmal. Das Spiel halt gleich vorbei, ne? Zack. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind es ja gewohnt, leider. Also den Bug jetzt nicht. Aber ohne Witz, seitdem ich Gleichgust spiele, weiß ich einfach, dass Bugs normal sind. Äh, sollen wir nochmal Babys oder sollen wir die aufsparen? Die bringen nächste Runde nicht viel. Oder... Oder ein Earthquake und... Ne, Babys ist schon smart. Ja, das geht halt nicht. Ah, guck mal. Wieder keine Refills. War doch ne gute Liga-Runde. Ja, dann halt. Ja, aber dann jetzt wenigstens die Station. Oh, ups. Das war dumm. Ich wollte den hier draufsetzen. Ist doch egal. Das ist doch eh vorbei, ne? Ist doch scheißegal. Als ob das jetzt doch irgendwen interessiert, was wir jetzt machen. Und nochmal keine Refills. Let's go! Ey, dafür 5 ist gar nicht so schlecht. Ich will jetzt auch das Maximum raus. Ich will mir nur mit den Riesenruhen. Haha, cool. Ich sag dir, die Runen holen uns jetzt noch raus. Können wir noch Earthquakes machen? Wir schaffen das noch. Pass auf. Er hat noch 2 Riesenrunen. Ah, eine noch. Eine Riesenruhne. Ich sag's dir. Oh! Fuck! Ich sag's doch, ich schaff die Stage noch. Habe ich's nicht ausgerechnet, Dinger? Nein, das ist so dumm. Der bester Spieler. Und da ist der Refill. Da ist er. Ich muss... Hahaha! Einfach der beste Spieler in der Welt. So ein Ding. Ich sag's dir. Mit Refills wär ich Global One, Kapi. Hahaha! Ja, Dinger. Ohne Refill so viel wie die letzten beiden Tage mit. Hahaha! Hahaha! Der ist gut. Hahaha! Ja, war doch mal ne geile Liga-Runde. Also die Token spar ich mir aber sowas von. Ja, Alter, Dinger. Was war das? Ey, guck mal. Ich hab aber 23. Guck mal. Der hat nur 5 geschafft. Der hatte keine Runen. Hahaha! Ja, meine Freunde. Ich würd' sagen, stabiler Ligatag. So macht das Spiel doch Spaß, oder nicht? Ja, was soll man sagen? Also da darf man sich wirklich nicht drüber aufregen. Es ist halt übelst sad. Vor allen Dingen hat mir grad vorhin jemand im Chat geschrieben, dass es einfach bei Android schon behoben ist. Ja, gg dafür. Werde ich als Apple-User wieder benachteiligt. So muss das sein. Na ja, egal. Dann werden wir wohl nächste Woche nochmal in Legendary 2 spielen. Wir sehen uns morgen. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Abzai.